Ja, liebe Freunde, mal läuft da beim Bauerhaus. Was ist? 9 Uhr. Was macht der Bauerhaus hier um 9 Uhr? Kaffee-Time. So, jetzt wird da mein Feld saatfertig gemacht für Zuckerrübensaat. Ich denke, gut, krümmelt schön die Erde, bin zufrieden, kann auch recht zügig fahren. Hier sieht man die Arbeit von gestern Abend. Da habe ich auch den Grupper durchgezogen, um den Kompost ein bisschen zu verteilen, zu vermischen, um auch die Fahrspuren des Misssetters, des Kompoststreuers, ich habe ja auch missgeführt, aufzulocken. Bis jetzt habe ich da voll eine Biodüngung gemacht. Kompost ist bei mir die Grunddüngung, Kompost, Mist. Ich streue kein Phosphor, kein Kali. Und geplant wäre, Harnstoff zu streuen, 200 Kilo die Hektare. Aber das hatte keine Zeit. Ich streue das nach der Saat. Aber die Waffehaus, den Kaapst, die Verkaufgabe, Gäste, die Händler und die Gäste zäke, die Händler werden gehört, um alle,e die Bereiche zu verpacken, zu teilen, aber mehr zäke. So, jetzt jetzt ist es구요, die Händler und die Händler nötig sind. So, jetzt habe ich das, was die Bauer hat, was mich zu dieser, was ich meine, dass man jetzt sagt, wie sehrPatoren. So, jetzt haben wir es nochein, ja, jetzt kommen wir jetzt. So, jetzt hat es noch eine Kompost. So, jetzt machen wir es noch ein paar Kompost. Hier ist eine Prismenwalze, die macht da gute Arbeit, die Erde krümmelt auch schön. Man sieht es hinten, nach der Walze sind viele Knollen zerkleinert. Da auf meinem Feld ist der Sehbetrieb Ersigen im Einsatz. Das ist ja 1,50 Meter Spur, oder? Ja. Geht schon nach 3. Da geht es dann nicht. Da geht es dann nicht.